Fahrzeug 23 So Fahrzeug vermut 40 Fahrzeug 8 Fahrzeug 39 39 Ah die hören sich immer noch gleich an Okay Yes 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 Abtransportieren Copy Copyshop So Fahrzeug 21 Da ist wieder Stau Fahrzeug 28 Roger So viel Und kümmern sie sich um alle Opfer Wo denn Hä Hm Hm Okay Die Frau ist es glaube ich Da war irgendwo nur einmal getroffen aber das ist nicht so schlimm Das sah gerade auch lustig aus mit der Pistole irgendwie Ist aber eine sehr große Pistole Okay Okay Abtransportieren Fahrzeug Fahrzeug 49 Hört Achtung Randalierende Zivilperson Festnehmen und abtransportieren Wenn nötig versorgen sie alle Opfer und transportieren sie sie ab Fahrzeug 27 Hört So den haben wir auch festgelaufen Fahrzeug 27 Hört Fahrzeug 27 So Dann sprühen wir vor Ah Okay Die sind alle unbesetzt Da brauchen wir bestimmt nur ein Fahrzeug oder Nee Da brauchen wir mehr Ich glaube da brauchen wir alle für Was bringt der hier schon Na wenigstens direkt an der Wache Das brennt ja alles Da brauchen wir den glaube ich auch dafür Unfassbar Fahrzeug 11 Hört Ah okay Kann ich irgendwie mit Steuerung shift oder so Nee Da muss ich mal da drauf drücken Fahrzeug 16 Hört Okay Ich glaube den brauchen wir doch nicht Fahrzeug 14 Hört Fahrzeug 11 Hört Fahrzeug 14 Hört Fahrzeug 11 Hört So Bereit für den nächsten Einsatz Ampelauswahl durch technischen Defekt Reparieren Sie die Ampel schnell Bevor es zu Unfällen kommt So erstmal absperren Kommt da keiner Vielleicht der Ja Da noch einer Hm Da ist noch einer Fahrzeug 28 Hört Fahrzeug 28 Hört Fahrzeug anhalten Es wurde ein Amokfahrer gemeldet Stoppen Sie das Fahrzeug Verhaften Sie den Fahrer Und versorgen Sie alle verletzten Personen Transportieren Sie anschließend Fahrzeug Fahrer Und alle Opfer ab Yes Fahrzeug 40 Hört Okay Da haben wir schon mal einen Verletzten Hä Nicht umleiten Wo bleiben die denn alle Das dauert ja ewig bis die mal da sind Fahrzeug Fahrzeugbrand Ausgelöst durch einen technischen Defekt Löschen Sie den Brand Transportieren Sie das Fahrzeugwrack ab Und wenn nötig versorgen Sie alle Opfer Und transportieren Sie sie ab Fahrzeug 20 Hört So jetzt wird es ein bisschen unübersichtlich Ich habe Da ist auch noch ein Verletzter Und jetzt Muss ich den jetzt abschleppen oder was Wahrscheinlich Dann behandeln wir die mal schnell Denen geht es aber gut So relativ gut Jedenfalls Bis auf dass da ganz viel Blut ist Achtung Brandausbruch Ursache offenes Licht und Feuer Löschen Sie alle Brände Da ist doch schon Feuerwehr da Irgendwie Oder? Ja ist anscheinend schon abgeschlossener Einsatz Ist doch ganz gut Praktisch Wo fährt er denn hinten? Fahrzeug 24 Hört Fahrzeug 20 Hört Fahrzeug 48 Hört Lodge Super So wir können jetzt auf Streife gehen Die Ampel müssen wir noch reparieren Ist doch wieder was fehlgeschlagen Hm Fahrzeug 19 Oh hat er gar nicht fertig repariert Ist ja blöd Das sieht nicht gut aus Und kümmern sie sich um alle eventuell entstehenden Folgeschäden Das kann man gar nicht abschritten Was sollen wir denn mit dem machen jetzt? Doch abschießen oder was? Fahrzeug 10 Hört Okay Verhaften können wir niemanden? Oder können die das einfach nicht? Hm Ich kann es ja mal versuchen aber eigentlich Hm Nee können die nicht Anscheinend Dann machen wir es so Nein Nicht die Person Erschießen Ja da ist noch einer Lebt er noch? Tatsächlich Fahrzeug 23 Hört Fahrzeug 27 Hört Fahrzeug 39 Hört Okay So geht's auch Hier we go Fahrzeug 39 Hört Fahrzeug 8 Hört Das war da War fast los Ne Fahrzeug 40 Hört Fahrzeug 40 Hört 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Widerstand, 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 Widerstand Okay, dann brauchen wir hier auf jeden Fall das Ding hier. Und ein paar Streifenwagen. So, bestellen wir einfach mal ein paar. Was machen wir denn da? Ja, wir kriegen es nicht mehr hin auf Streife zu gehen. Das ist unfassbar. So, Fahrzeug 730 höher. So. Fahrzeug 24 höher. No problem.